Hi Leute, in dem Video heute geht es um das Thema Kinder als Lehrer. Und zwar sollte man sich mal die Frage stellen, wie glücklich warst du als Kind? Wie erfüllt, wie voll Wunder war die Welt, als du ergeblich warst, wie glücklich warst du? Wenn du einfach rausgegangen bist oder wenn du irgendwo rumgekrabbelt bist, hast du irgendwelche Bäume angeschaut, bist irgendwo in der Natur rum, bist rumgeklettert, hast die Welt erfahren, alles war total spannend, alles war ein Abenteuer und du warst glücklich. Und dann schau dir mal an, wo du jetzt bist. Irgendwas mit Punkt, wie glücklich bist du, kannst du einfach hier da sitzen und pures Glück erfahren, einfach nur gut drauf sein. Und was machst du, wenn jemand kommt, oh warte hier mal kurz fünf Minuten, schaust du auf die Uhr und wie lange dauert es denn noch? Bist du vielleicht ständig im Stress jetzt? Und dann frage ich mich doch, was sollten wir Kindern beibringen übers Leben? Wie glücklich sind wir? Was wollen wir denn Kindern beibringen? Kinder sollten uns wieder beibringen, wie man glücklich ist. Als Kind waren wir in einem meditativen Zustand. Da waren wir nicht so identifiziert mit unserem Verstand. Da waren wir nicht so voll beladen mit Konventionen, mit Glaubenssätzen in unserem Kopf. Wir müssen mal wieder zu dem Punkt hinkommen, dass wir wissen, was wir wissen und wissen, was wir nicht wissen. Wir müssen uns wieder bewusst sein, wann es nur eine Vermutung ist. Egal was, wenn jeder wieder zu dem Punkt kommt, dass er weiß, was er weiß und was er nicht weiß. Und das klingt so banal, aber es ist so grundlegend. Die Leute glauben irgendwie an Gott, bringen andere Menschen um, weil die sonst in die Hölle kommen, glauben an ein Leben nach dem Tod, wo sie nicht wissen. Wenn man sich solchen Sachen wieder bewusst wird, dann wäre die Welt ziemlich friedlich. Und wir können viel von Kindern lernen. Wir sollten Kindern heutzutage einfach wieder die Grundlage geben, sich entwickeln zu können. Wir als Eltern, als Umfeld sind nur der Boden, wo der Samen wachsen kann. Das Kind ist ein Samen. Wir können einfach nur dafür sorgen, dass eine gute Erde da ist, ein gutes Umfeld, wo es wachsen kann, dass genug Luft da ist, genug Sonne und genug Wasser. Wir können die Pflanze schön gießen, können den Boden wieder aufbereiten. Wir können dafür sorgen, dass die Pflanze sich optimal entwickeln kann. Wir können dafür sorgen, dass dieser Samen, dieses Kind sich optimal entfalten kann. Aber wenn wir die Vorstellung haben, dass ich eine Paprika haben möchte, ich habe aber da einen Tomatensamen in die Erde getan, dann werden wir nie glücklich. Du wirst diese Tomate unglücklich machen, wenn du die ganze Zeit auf sie einredest und sagst, sie ist nichts wert, sie ist nicht das, was du dir überhofft hast. Und sowas machen wir aber mit unseren Kindern. Studier doch was, wirst Arzt, wirst Ingenieur, wirst dieses, wirst jenes. Aus einem Baum oder aus einer Tomate wird keine Paprika. Da kannst du noch so sehr darauf einreden. Du kannst auf dein Kind noch so sehr darauf einreden, hey, mach dieses, mach jenes. Am Ende wird dein Kind nicht glücklich, wenn es das glaubt, was du sagst. Und du wirst noch weniger glücklich. Und so sollten wir auch mal unser ganzes Bildungssystem überdenken. Ein Kind hat ein natürliches Bedürfnis zu lernen. Ein Kind möchte sich entfalten, möchte wachsen, wie alles in der Natur. Wie alles auf diesem Planeten wächst ganz von alleine. Wir müssen ihm einfach nur das Umfeld bieten. Und ihm nicht sagen, was es werden soll. Es führt zu gar nichts. Aus einer Tomate wird keine Paprika. Wenn jemand einem künstlerischen, freien Beruf nachgehen möchte, dann wird es bestimmt kein guter Ingenieur. Dann wird es bestimmt kein guter Arzt. Und selbstfremd, wie glücklich schon. Und was hat so ein Leben für einen Sinn? Was hat es für einen Wert? Es ist verschwendetes Leben. Also bietet euren Kindern, egal welchen Kindern, und wenn ihr mit Kindern zusammenarbeitet, immer ein gutes Umfeld. Was ist es einfach nur machen? Kinder brauchen kein Lob. Kinder brauchen kein Tadel. Die brauchen einfach nur jemanden, der da ist. Der die Möglichkeit gibt, sich zu verwurzeln, zu wachsen. Das macht's gut. Tschau. 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 Tschau.